Hi Manuel, guten Morgen, es war schön mit dir im Bett zu schlafen. Boah, war es die Alte? Nein, war es nicht. Ich habe so scheiße geschlafen. Warum denn? Du hast die ganze Decke weggezogen und hier zieht es in meinem Dorf. Ach, Baloui, stell dich doch nicht so an, Mensch, mir geht es dir richtig gut. Ich bin hochmotiviert. Und du hast die ganze Nacht gepupst. Äh, Baloui, ich pupse nicht. Doch, es war so eng, Alter, das geht gar nicht. Sag mal, was bist du heute denn so zickig? Okay, du hast schlecht geschlafen, aber wir haben eine Mission. Ja, wollen wir mal gucken, ob was in dem Auto bei Early ist? Ja, da muss was drin sein, komm, Dena ist bestimmt darauf reingefallen. Denke ich auch. Garantiert. Das wäre schon witzig, wenn Dena darauf reingefallen wäre. Ja, aber in dem Kollektiv sind alle ein bisschen unfähig, ne? Warte, hier ist Auto, Schiff meine ich. Warte, 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 ich steige ein. Kannst du fahren oder geht es dir nicht gut genug? Doch, das Rudern. Es hilft, dass du irgendwo dagegen fährst. Ach, als wenn ich irgendwo gegenfahren würde. Baloui! Sind wir schon da? Okay, nächstes Mal. Ach, wir sind schon da. Okay, das war geplant. Ich dachte, du wärst wohl dagegen gefahren. Ach, ähm. Was? Wo sind wir? Okay. Oh, hier ist ein Baum gewachsen seit gestern, oder? Ach, was die. Irgendwie glaube ich nicht, dass du schlecht geschlafen hast, sondern dass du vielleicht in der Kneipe warst und gesoffen hast. Nein, das, was ist denn hier passiert? Das stand gestern. Ach, das, ach, okay, Entschuldigung. Ja, ja. Aber, nein, lass mich gucken, ich. Aua. Hast du es rausgenommen? Nein, da war leider nichts drin. Traurig. Oh Mann. Ja, aber, wenn Dena da nicht drauf eingeht, dann machen wir diese Fall einfach keinen Sinn. Wir müssen unbedingt etwas machen, Baloui. Du weißt, Revi baut auf uns. Wir sind auf dieser Mission, die Base des Kollektivs zu finden. Leider, Klümpsturm war leider nicht die Base. Da habe ich mich ein bisschen verrannt, ne? Aber. Aber was, die. Vielleicht wäre es noch. Ja, 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 jetzt warte, ich habe eine Idee. Es gibt ja noch viele Kollektivmitglieder, die hier ihr Haus haben. Was ist mit Skate? Skate? Der war doch schon ewig. Sparks ist Doppelagent. Der müsstest du doch eigentlich wissen. Aber der ist auf unserer Seite. Der, ja, der ist aber, ich glaube, auf Urlaubsreise oder so. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Weiß, weiß, den gibt es auch nicht mehr, ne? Der ist auch irgendwo. Nee, diese komische Ruine da, die da noch rumschwimmt. Hey, aber was hättest du denn davon? Der ist sogar gerade da. Hier Zinus, der ist doch auch bei der komischen Kollektiv, oder? Stimmt. Stimmt, der war auch dabei, als der Eisbär getötet worden ist. Komm, wir machen uns mal auf den Weg. Ich denke mal, der müsste, der ist sogar online. Vielleicht erwischen wir den, ja. Aber weißt du, da müssen wir ein bisschen vorsichtig rangehen, ne? Ich habe keine Unsinnbarkeit. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja hier nicht unseren Stuff. Aber wenn wir uns da reinschleichen, kriegt er das vielleicht gar nicht mit. Nee, nee, nee. Ich war aber noch nie in seinem Haus. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, der hat so eine komische Windmühle da oben oder so. Ja, ich war ja mal der ehemalige Verkehrsminister. Und da sind wir hier über diese Wege. Also habe ich die Wege gebaut. Und hier kommt man einmal zu Weißweiß, zu seinem Berg. Und hier oben wohnt Lord Zinus. Ja. Das sieht schon sehr schick aus, was er da hat. Wie kommen wir da rein? Aber wie kommt man... Es gab mal einen Eingang da unten. Da ist jetzt... Oh mein Gott, was hat er hier gebaut? Süpf. Wie ist das? Warte mal. Hast du unser Schiff mit dabei? Oh nein, habe ich nicht. Hast du es vergessen? Ach. Warte, warte, warte. Wir bauen hier einfach was. Warte, warte. Ich baue noch ein Schiff. Ja, wir sollten ein Fluchtboot auf jeden Fall dabei haben. Falls es irgendwie nach hinten losgeht. Wir kennen uns bei ihm überhaupt nicht aus. Ach, Baloui, du baust meine Stützen ab. Ist nicht so schlimm, Basti. Dahinter ist eine Workbench. Oh, guck mal, da ist eine Workbench. Genau, deswegen. Warte, ich habe noch ein Boot. Aber ich... Ich habe jetzt auch eins. Ich war schneller, Baloui. Dann lasse ich mal eins hier. Ich habe gut geschlafen. Hier, los. Baloui, ich habe gut geschlafen. Ja, entschuldige. Hier, du darfst rudern diesmal. Warte, ich darf rudern. Nein, ja, doch. Oh, entscheide dich doch mal. Bringst du uns jetzt einfach rein. Oh mein Gott, guck mal, das sieht ja... Wie das aussieht. Eine Piratenhöhle, was ist das denn hier? Ist das wieder die Basis des Kollektivs? Oh mein Gott. Ist das hier die MS-Kollektiv? Das Schiff. Vielleicht ist in dem Schiff die geheime Basis. Warte mal, wir schleichen uns doch mal rein in das Schiff. Jetzt mal nicht so laut. Sinus könnte da sein. Oder sollte da sein. Oder er ist bei der Kollektivbasis. Aber wer weiß. Oh, hier sind Flaggen. Hier geht es nicht weiter. Ja, hier geht es leider nicht weiter. Schade. Okay. Das wäre der Hammer. Die MS-Kollektiv, ne? Wie kommt der denn hoch in sein Haus? Keine Ahnung. Aber hier geht es auf jeden Fall weitere Wege hoch. Warte mal. Der Chorus Ninja, der erkundet mal. Guck mal, Baloui. Ups. Das war ein bisschen fair. Guck mal, Baloui. Der Chorus Ninja. Er portet sich immer nach rechts. Irgendwie, ich habe sein Nether-Portal gefunden. Wow. Zeig mal. Ah, du bist ja auch da hinten. Ja, hier. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Das hat es ja überhaupt nicht gebracht. Nether-Portal bringt aber nichts. Aber hier gibt es nochmal eine Treppe, die nach oben führt. Oh ja, hier. Wo, wo? Hier, hier, komm. Hier lang. Boah. Was ist das? Nein, das ist... Ah! Eine Falle! Oh mein Gott! Oh. Geht es dir gut? Baloui. Ja, komm hoch. Das war ein Aufzug. Der hat einen Aufzug? Was? Geh da einfach rein. Hey, der ist ja echt genial. Man sieht von dem Aufzug. Das ist ja fast Magie. Nein. Das ist Magie. Baloui, hast du was damit zu tun? Nein, 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 nein. Bist du auf der Seite des Kultus? Nein, nein, nein. Das war... Das war... Mechanik, glaube ich, oder so. Okay. Das war bestimmt Noahs Werk. Keine Ahnung. Aber jetzt ein bisschen vorsichtig. Wo sind wir denn jetzt hier? Aber wir sind noch nicht mal in seinem Haus. Wir sind noch unterhalb davon. Mann, das hat er hier für eine Villa errichtet. Alter Schwede. So einer könnten wir auch gut gebrauchen, ne? Ja, stell dir mal vor, wir hätten so jemanden bei unserer Festung. Der würde uns, äh... Naja, aus der Rebellenfestung ein... Nein, 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 er würde ein Luxushotel machen. Aber... Wir müssen jetzt mal gucken, wo er ist. Ich nehme mal meinen Bogen in die Hand. Willkommen bei Zinutz. Ja, hier. Das ist das große Z hier. Mann, das sieht schon Atemberaten aus. Der hat schon... Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Ich glaube, das kommt von da hinten. Nicht so laut. Komm mal hier die Treppe hoch. Schöne Eingangslobby, fehlt nur noch ein Springbrunnen. Na? Hast du irgendetwas gehört? Ich habe Schritte von oben gehört. Wo geht es denn hier hoch? Hey, da ist eine Kiste. Hörst du das auch? Da ist ein Name, da ist ein Name. Ja, pass auf, pass auf. Wir machen Überraschungsmoment. Wir zählen auf drei und dann stürmen wir rein, ziehen den Bogen und sagen, Halt, Stopp. Okay, okay. Eins, zwei, drei. Drei. Halt, Stopp. Halb stehen bleiben. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Hey, was macht ihr denn da? Hey, Waffen weg. Waffen auf den Boden legen. Hier, tu deine Waffen weg. In die Kiste oder so. Zwei gegen eins ist aber nicht ganz so fair. Nee, egal. Hier, hinter dir ist eine Kiste. Tu dein Zeug da rein. Wir haben hier keine Regeln. Alles. Okay, warte, ich lege alles weg. Deine Rüstung ausziehen. Darf ich essen? Nein. Darf ich das behalten? Ja, doch, essen ist okay. Ein Schnitzel darfst du haben. Nee, warte mal. Er könnte das Essen mir lieber geben. Gib mir mal das Essen, bitte. Ich gebe ein bisschen was ab. Ich gebe ein bisschen was ab. Nein, ja, okay. Sehr netter. Ja, wir überfallen ihn und er gibt uns da noch was zu essen. Ja, nix hier. Äh, Zinus, hey. Wir haben gehört, du bist fürs Kollektiv zuständig. Ist das so? Vielleicht. Du warst zum Kollektiv, du warst beim Angriff dabei. Zinus. Habt ihr aber gut aufgepasst für zwei aus der Rebellion, ne? Hey, Freundchen, ganz vorsichtig. Zinus. Wo ist eure Base? Ihr könnt ja nur gegen mich jetzt kämpfen, weil ich nichts habe. Mein, was, unsere Base? Wo ist das? Was für eine Base? Ja, das Kollektiv. Wir brauchen die Base, die Koordinaten vom Kollektiv. Sag es uns. Das werde ich euch niemals sagen. Was denkt ihr eigentlich? Ihr könnt hier aufkreuzen und nicht direkt. Hey, hey, hey. Du weißt, wie das mit Petrit gelaufen ist, oder? Ihr habt keine Chance. Ihr wisst einfach nicht, was abgeht. Ja, ihr seid geisteskrank. Ich weiß gar nicht, was ihr, ich erkenne euch gar nicht mehr wieder. Das ist uns egal. Wir sind auch, ja, weißt du was, der kalte Norden, der prägt ein. Das ist nur unsere Heimat. Ihr habt euch dort eingemischt. Und jetzt seid ihr auch noch so viele. Da bleibt uns gar nichts übrig, als andere Wege zu beschreiten. Okay. Hey, Basti, Basti. Ich denke, wir sollten runtergehen. Nicht, dass uns hier oben jemand entdeckt. Zinus, ab. Nee, hier gibt es auch viel zu viele Fluchtwege. Richtig. Los, ich gehe hinter ihm. Zinus, du läufst mir hinterher. Los. Okay, Bewegung. Wenn es sein muss. Ja, es bleibt mir nichts, das ist üblich. Ich habe keine Rüstung und kein Schwert. Und deine Schreie werden bis zur, weiß ich auch nicht, bis zur Rebellion durchschallen. Wenn du uns nicht sagst, was Sache ist. Oha, du hast doch die Möglichkeit, dich uns anzuschließen. Ja, was hättest du eigentlich davon, wenn du dich der Rebellion anschließt? So einen atemberaubenden Baumeister könnten wir auch gebrauchen. Nicht immer umdrehen, einfach hinter Basti her. Einfach hinter Basti her. Ich bleibe der Stadt treu. Der Stadt. Ist das Kollektiv jetzt? Oh, wir haben den ersten Hinweis gekriegt, Basti. Hast du gehört? Die Kollektivbasis ist in der Stadt. Oh, hast du... Ah, das... Dankeschön, Zinus. Ich weiß aber nicht, dass die Basis von uns in der Stadt ist. Das habe ich gleich noch ein bisschen vertan. Los. Okay, runter da. Ich werde euch das niemals sagen. Runter. Basti, pass auf, dass er da unten nicht abhaut. Du springst zuerst. Ich spring zuerst und pass auf, dass er nicht abhaut. Rein da, Zinus. Rein da, los. Okay, ihr sagt Bescheid, wenn da unten die Luft rein ist. Kann ich runterkommen? Komm ans Ufer. Okay. Okay. Autsch. Boah, Alter. Und jetzt... Hier hoch. Wachen wir ihn auf dem Schiff. Hier hoch. Nein, 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 hoch. Wie heißt das Schiff eigentlich? Ich hab... Gisela ist das bestimmt. MS Kollektiv. Das werde ich euch nicht sagen. Sag uns mal lieber, wo die Basis ist. Basti, geh vor, geh vor, geh vor. Komm her. Warte mal. Hier können wir ihn... Nein, 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 warte. Ich suche einen guten Punkt, um ihn in die Enge zu treiben. Hier. Geh hier hin. Er kann hier nirgendwo hinfliehen. So, Zinus. Okay. Jetzt sag uns sofort, was Sache ist. Oder der Kroos in... Weißt du was, ich kann das den ganzen Tag machen. Alter, du bist so dumm. Was habt ihr da für magische Früchte? Sag uns, wo die Basis ist. Ich bin der Kroos Ninja. Und der Kroos Ninja ist mal hier. Und mal nicht. Unterschätze niemals die Macht des Kroos Ninja. Beweg dich nicht. Okay. So, Zinus. Ja, ich werd's euch nicht sagen. Zinus, Zinus. Ach, Mann. Hey, pass auf. Zinus, wenn du uns das sagst, ja. Wir werden auch niemandem verraten, dass du's warst. Wir lassen dich am Leben. Du kannst von mir aus hier alles behalten. Deine Sachen sind ja sowieso noch da oben. Ich weiß gar nicht, wir hätten uns die eigentlich geben sollen. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Druckmittel. Aber ich hab jetzt keinen Bock, wieder Aufzug zu fahren. Hey, Zinus. Du darfst alles behalten. Sonst, wenn du jetzt nicht mitspielst. Dein Haus ist auch aus Holz. Ich erinnere nur an die Rebellenbasis. Sag uns, wo der große Fluss ist. Mehr nichts. Ich werd euch das nicht sagen. Gib uns wenigstens... Aber wenn ihr mein Haus zerstört. Wir brauchen nur den großen Fluss. In dem Buch steht was von einem großen Fluss in einem großen Turm. Wo war euer Treffpunkt? Nein. Zinus, ich kann das den ganzen Tag machen. Warte, 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 warte. Vielleicht sag ich es euch. Oh, oh, für was? Für was? Wir geben dir Schutzgeleid. Du darfst bei uns zur Rebellion kommen. Ja. Okay. Wenn das so ist, überlege ich mir das noch. Das ist nicht das, was ich jetzt hören wollte. Wie lange dauert das? Ja. Wie lange musst du überlegen? Wir sind ungeduldig. Wir brauchen Ergebnisse jetzt sofort. Ja, ich weiß nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, wir sollen... Schau mal, wir müssen uns beraten. Ich bin gerade so unter Druck. Wir müssen uns beraten. Wir brauchen ein Druckmittel. Schau mal her. Wir können ihn mal eben... Was hältst du davon, wenn wir ihn in die Folterkammer von der... Ah, er ist abgehauen. Was, was? Nein, nein, nein. Er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Niemals. Er ist abgehauen. Niemals. Nein. Aua. Nein. Zinus. Nein. Nein. Komm her. Niemals. Nein. Nein. Nein, unser Boot. Nein, Basti, unser Boot. Du hast doch Deathstrider. Ja, aber... Schnell. Ich versuch's. Bleib stehen. Alter, ich hab einen Bogen. Ich schieße mit dem Bogen. Bleib stehen. Zinus. Nein. Der ist über alle Berge. Scheiß. Das kann nicht sein. Nein, unser Boot. Der Kumpel ist dem Jahr 80 auf die Spur. Oh, hat nicht funktioniert. Oh, oh. Irgendwas schießt auf mich. Ah, scheiße. Jetzt kommen ja auch noch Monster, die mich aufhalten. Das gibt's nicht. Er ist weg. Ach, das kann nicht wahr sein. Alter, Basti, wie konnte der bitte schon mit unserem Boot jetzt flüchten? Wie dumm sind wir eigentlich? Wir sind Team Baba. Das gibt's einfach nicht. Da ist er weg. Wir sollten sein ganzes Haus anzünden, aber das bringt uns jetzt auch nicht mehr weiter. Oh, das kann nicht wahr sein. Oh. Fuck, ey. Vielleicht ist er in die Altstadt, so Revis Altenhaus. Vielleicht ist unser Revis Altenhaus die Basis. Keine Ahnung. König Petrit. Nee, König Petrit. Komischer Kollektivleiter Petrit sein Haus hat. Wer ist denn eigentlich der Anführer vom Kollektiv? Ich hab keine Ahnung. Dena, Gomme, Devitor, Petrit jetzt. Die haben sich zusammengeschlossen. Vielleicht haben die aber auch... Auf jeden Fall keine Schloss. Keine Ahnung, auf jeden Fall kriegen wir Chinus jetzt nicht mehr. Und jetzt? Wie sollen wir das denn Revis erklären? Am besten behalten wir das lieber für uns. Das war ja mal richtig eine Schande für die Rebellion. Alter. Oh, fuck, ey. Vielleicht ist unterm Weihnachtsbaum ja die geheime Basis. Ah ja, nein, das ist auch bestimmt nicht der große Turm. Wir müssen diesen scheißverklackten großen Turm und den großen Fluss in der Nähe finden. Das kann echt nicht sein. Na, Baloui. Ich würde es einfach sagen, wir müssen andere Kollektivmitglieder irgendwie zu fassen kriegen. Das darf uns aber nicht nochmal passieren mit mit Sinus, ne? Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade bei Yves im Haus. Sollen wir die Nacht da vielleicht verbringen? So als Erinnerung. Ich vermisse ihren Geruch. Ja, deswegen. Ich hoffe, es ist ein zweites Bett frei. Ich habe echt keinen Bock, noch eine Nacht mit ihr in ein Bett zu verbringen. Überhaupt nicht. Yves, wir vermissen dich sehr. Und ich vermisse sie am meisten. Das verstehe ich, Basti, das verstehe ich. Unser Herz ist auch immer noch hier oben. Ach, das waren noch Zeiten. Da gab es die Rebellion so noch gar nicht. Nein. Baloui. Basti. Ich würde sagen, du machst gut. Wir schlafen jetzt, ne? Bis morgen früh. Nacht.